Im Endeffekt ist es so, dass ich von Anfang an das Vertrauen meiner Führungskraft hatte. Der Marketingleiter, wir sind Stabsstelle im Marketing, hat mir immer sehr viel Freiraum gegeben, hier Marktforschung für die gesamte Bank mit diesen neuen Ideen auch umzusetzen und das tut einfach gut, wenn man nicht in ein Korsett gepresst wird, sondern das Vertrauen hat, die Führungskraft hinter einen steht und man wirklich hier seine Möglichkeiten in seinem Gebiet auch leben kann. Ich glaube, dass mich mein Wissenstrang weitergebracht hat. Ich bin so, dass wenn ich etwas Neues gelernt habe oder etwas Neues entdeckt habe, wollte ich unbedingt mehr davon wissen und einfach mich da weiterzuentwickeln und für mich ist es immer wichtig, sich weiterzubilden und ich glaube, dass dadurch die Möglichkeiten sich von selber ergeben. Wenn man ein breites Wissen hat und gepaart mit Erfahrungen im Job, glaube ich, dass das die gute Voraussetzungen sind für die nächste Karriere-Schritte. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und sehr zielstrebig. Das hat mich auch sehr weit gebracht, einfach einen Teil beizutragen zu einem erfolgreichen Unternehmen und das macht mich stolz und da will ich auch weitermachen.